Maite Kelly schützt ihr Privatleben und hütet es wie ein Schatz. Kein Wunder, mit ihren drei Töchtern hat die Musikern sicher genug zu tun, da muss sie sich nicht auch noch über eventuell ärgerliche Fotos, Spekulationen oder Gerüchte ärgern. Umso schöner, wenn sie dann in Interviews doch ab und an private Dinge ausplaudert, denn seit ihrer Scheidung von ihrem Ex-Florent gilt sie offiziell als Single und ihre Fans würden sich freuen, wenn die schöne Sängerin einen neuen Mann an ihrer Seite präsentieren würde. Sie ist talentiert, schön und eine starke Frau. Maite Kelly kann sich sicher seit ihrer Scheidung im Jahr 2018 wahrscheinlich vor männlichen Angeboten kaum retten. Doch ein neuer Mann an ihrer Seite ist nicht in Sicht. Maite Kelly scheint mit ihrer Karriere und mit ihren drei Töchtern alle Hände voll zu tun zu haben, allein und ohne Kerl an ihrer Seite. Sehr bewundernswert, finden auch ihre Fans, die sie dafür bewundern. Doch sie würden der 44-Jährigen auch mal wieder Schmetterlinge im Bauch wünschen. Ein bisschen Liebe tut uns doch allen gut. Und da Maite ihre Liedtexte selbst schreibt, könnte sie damit sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Im Interview mit der Zeitschrift Promi News, TV ließ sie nun aber die Bombe platzen, Ich war in meinem Leben nie lange Single, ich war tatsächlich immer schnell Weg vom Markt, lacht. Knapp sechs Jahre ist die Scheidung nun her. Offiziell ist Maite Single. Was will sie damit andeuten? Wir werden es leider nie erfahren, denn, ich habe die Beziehungen in meinem Leben, außer die mit Florent, dem Vater meiner Kinder, privat gehalten. Ich hatte drei ernste und gute Beziehungen, von allen ist eine tolle Freundschaft geblieben. Und die Zeiten der Partnerschaft waren mit jedem genau richtig. Private Dinge bleiben eben privat. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das ist ihr gutes Recht und so bleibt die Hoffnung, jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich spüre, Es wird ein Mensch in mein Leben treten, den ich auch heiraten werde, ob in weiß oder nur gefühlt. Ob er jetzt schon da ist oder noch nicht, weiß ich nicht. Eins weiß ich, er sucht nach mir.